Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Ich spiele Robocop Rogue City. Ein Spiel, das schon ein paar Monate draußen ist und ich hab das auf dem Schirm, aber war dafür irgendwie noch nicht so bereit. Und jetzt hab ich so ein bisschen Platz und jetzt springen wir da mal rein, oder? Ich würde sagen, wir gucken mal, was das Ganze kann. Ich hab dazu nicht viel gesehen und freu mich umso mehr. Neue Hauptkampagne, genau. Wir nehmen Extrem und los geht's. Sie geben uns 3 Minuten und wir geben Sie die Welt. Good evening, ich bin Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omniconsumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in Old Detroit. Your filthy hands off me. Shut up. I'm sorry. Uh, there seems to be a... Disturbance? I'm a big fan. Now move. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torch Heads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of Nuke in Old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer... Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of Nuke. Oh, man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy. Us Torch Heads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, Smuggling, Drug Dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money. We've got the power. So let's talk. Ich schalt gleich die Untertitel ein. Headsήσis. You're out. Hermann. I wanted to know what is it. I'll be back to her already. I've found it. Ich finde es immer so ulkig, dass der Auto fährt. Das ist irgendwie so, warte mal, wieso fährt Auto? So, zum einen machen wir das Ganze ein bisschen leiser. Und dann schalten wir einmal die Untertitel ein. Neue Droge namens Nuke im Umlauf. Die alle sind böse. Torchheads nennen die sich. Fackelköpfe und... Schauen wir mal. Sieht gut aus. Was? Was ist denn jetzt los? Unreal Engine? Ganz genau. Meine Freundin nennt mich Murphy. Geh nach Hause. Sieht gut aus der Trucke. 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 Ich sehe Ihre Frau ist nicht weit schlafen. Ich würde nicht schlafen. Ich habe bereits die Pläte. Sie sollten wissen, wenn es um die Begriffe geht, wir sind hoher. Wenn es so weitergeht, Ich bin jetzt da. We can't wait any longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. But, sir. Roger that. Over and out. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic? There you are, partner. Lewis? The hell is going on up there? Sorry, dude! The police want us to release the hostages! So no hard feelings! Hey! You can't go in yet! We need to wait for the reinforcements! Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go. I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Save it. I've got a signet ring. How much do you think I can get for it? Is it gold? It was taking off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar. Guys, guys! We've got company. Anyone expecting a silver freak? Drop it, scum. Was denn jetzt? Uh! What? Muss ich nachladen? Ist ja übertrieben brutal. Oh, ja. Guck mal, meine Pistole wieder. Oh, ja. 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 Okay. Okay. Es ist einfach viel zu laut. Ach so. Dreh mal runter hier. Und die Musik machen wir auch mal eben aus. Ach, jetzt hat er die Baffe weggesteckt. Okay, verstehe. Alter, was ist das denn so brutal? Also finde ich gut. Na, bitte. Wir laden einmal schön nach. Was haben wir hier? Gestohlene Brieftasche. Hat er sofort erkannt, dass die gestohlen ist. Gestohlene Kaffeebächer. Straftatbeweise? Warte mal, was ist H? Ah, mit H heile ich mich. Oh! Ich bin heute hier. Das ist derart. Oh! Ich wollte mich hier schlafen. Ich habe hier zu einer Aufstieg. Das ist derartige Kaffeebächer. Und ich habe hier zuerst reischen. Das ist derartige Kaffeebächer. Und ich habe hier einfach abgefunden. Ich habe hier drauf ange citing, das ist derartige Kaffeebächer. Ah, ist das schön. Endlich mal wieder ein bisschen was Stumpfes. Ho, ho, ho. Furchtbar natürlich. Ah, sehr schön. Was ist denn hier los? Gib mal, gib mal. Ah, okay. Überdust ist Nuke, okay. Okay, das ist quasi Health, okay. Ich. Oh, jetzt hätte ich fast auf sie geschossen. Das sind halt Fans hier vom Robocop. Ich soll nicht immer da so vorlaufen. Das finde ich ja ganz gut, dass man hier wenigstens noch so eine kleine Sammelaufgabe hat. Ho, ho, ho. Sehr nett. Warte mal, wir heilen uns einfach einmal, dann können wir es mitnehmen. Ja, brutal ist natürlich bei einem Robocop-Film, äh, Spiel absolut wichtig, ne? Da kannst du nicht mit so seichten Zeug kommen. Das muss einfach schätzen. Gehen wir schon da greifen? Ich drücke den Knopf. Sie am Hebel. Mit der Robocop-Sicht kann man Objekte oder Personen untersuchen, um Hinweise zu finden. Untersuchbare Objekte sind mit Näh markiert. Drücke nicht zugewiesen, während du... Näh, sie ist uns untersogen. Okay. Kurzschluss festgestellt. Drücke nicht zugewiesen, aber ich würde sagen, es war ein Team-Effort. Sie halten alle in der Studio. Es ist auf der 30. Die Explorung. Huh? So, unsere Freunde in Blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. I've gotta go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement. So, don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Hehehe. Just look at that, boys. The police dog and it's bitch. Not sure which one is which. Hehehe. You're gonna take that back. You're gonna take it on, boys. You're gonna take it on. Come on. We have a little bit of control. W-. W-. We need to get it on the way. Hehehe. Hehehe. You can do that. Ach, das ist greifen. Okay. Belastende Bilder. Ja, hör mir auf. Komm her. Da. Alle tot. Oh, das sieht aber nicht gesund aus hier. Eieieie. Warte mal, ich kann nicht. Ah, ist das toll. Das ist halt so oldschool Ego-Shooter, halt einfach Tunnel schießen, da, 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 schön brutal, aber in Top-Optik und natürlich mit der RoboCop-Lizenz. Zeig mir mal die Waffe hier. Nope. Ah, schön brutal. Gut, die Leichen, die, die spawnen, sehe ich gerade. Da ist keiner mehr da. Gut, gut, gut. Neee, da, 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 da. Haben wir hier noch was? Ja. Und die Depressive. Hier haben wir noch mehr Beweise. Gib mal her. Warte mal kurz. Kill the Hostages! Verschlossen? Wenn du es mit Kriminellen zu tun hast, die Geiseln genommen haben, bleiben dir nur wenige Sekunden Zeit, um die Bedrohung zu eliminieren und die Unschuldigen zu schützen. Nutze deine außergewöhnlichen Reflexe, um diese Herausforderung zu meistern. Easy. Danke, dass du gekommen bist! Diese Frau wirklich braucht einen Doktor! Murphy, diese Leute brauchen Hilfe. Warum nicht, du gehst mit ihnen? So, die verbleibenden Geiseln finden und retten. Wir können uns einmal heilen und nehmen das hier mit. Ich bin auf der Suche nach Flachpfeifen. gefunden. Gefunden. Oh, 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 oh! Das ist ja großartig. Das war's. Komme ich hier durch? Nee. Ich bin einfach zu breit. Ja, das Sturmgewehr gefällt mir ganz gut. Ausdauer gibt es nicht. Ach, toll. Ey, die Umgebungszerstörung und so, ne? Das macht schon was aus, finde ich. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, was haben wir denn hier? Ich habe nicht gedrückt. Was war das denn? Das war doch schon mal letztens in einem Spiel, dass es nach dem Nachladen immer automatisch geschossen hat. Komm, hier werden noch ein paar Beweise rumliegen, oder nicht? Gestohlene Brieftaschen. Oder... Drogen. Sehr gut. Was war das denn? Was geht hier ab? Wir sind durcheinander. Hm. Ich bin lieber, mein Mann. Hast du die Hande genommen? Ich bin wirklich in der Zeit... Nein? Was glaubst du über die Farbe dieses Dress? Ich bin nicht sicher, ob ich das magst. James wirklich mit dir ist. Er sagte in der Schule, dass er einen Polizeibeweißen will, wie wie ihr Vater. Hier, let's go. Oh, da sind ein paar draufgegangen. Aber es waren noch verdammt viele Feinde. Uh-oh. Hey, no sudden moves, cop. I'm not dying here. Get me another one of those choppers, like the one that took soot. You hear me? You worked so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You've got three seconds! Three! Our family is the only thing I need to be happy. Two! Are you fucking deaf? Promise me. We will stay like this forever. One! Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. You okay there, Murphy? You okay there, Murphy? I am sorry. Can't you see? It's unstable! Ma'am, please calm down. It's been a very tough evening, and I assure you, that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. Sehr gut. Ja, haut rein auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da noch so kommt, aber hier wäre wahrscheinlich jetzt gerade Musik. Aber die hat mich im Kampf so ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Denn gerade bei sowas will ich natürlich nur den Sound der Umgebung, der Explosionen, der Schüsse und sowas haben. Die Schüsse sind immer noch viel zu laut, finde ich. Jetzt gucken wir es mal. Ah, sehr gut. Die Schüsse sind immer noch gut. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as Robocop. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now, quiet. We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen. I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Everyone is dismissed. And Louis, I need your report on the TV station incident. On the double. So, jetzt sind wir im Revier. Eilmeldung. Aufkörper abgeschlossen. Achso, so hieß die Mission. Kann ich dir helfen? Sehr lustig, Männer. Ich finde, die Charaktere sehen echt ziemlich gut aus, ne? Gar nicht schlecht. Gefällt mir sehr grafisch. Ich muss doch mal ganz kurz, bevor euch die Ohren wirklich... Müssen das hier ein bisschen runterdrehen. Weil alles insgesamt ist gut vom Sound her, aber die Schüsse sind einfach viel zu, viel zu aufgedreht. Reparier mich. Why don't you take a seat for me? That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So, we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems, so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So, better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Bewertung? Hm, hm, verstehe. Im Büro habe ich alle gerettet, im Studio nicht. Da sind mindestens zwei gestorben. Kann ich mit leben? Oh. Jedes Mal, wenn du ein neues Level erreichst, erhältst du einen Fertigkeitspunkt, dem du deine Fertigkeiten ausbauen kannst. Durch den Ausbau von Fertigkeiten kannst du deine Effizienz steigern, einzigartige Vorteile erhalten und vorteilhafte Dialog-Duktion freischalten. Alter, das ist sehr viel umfangreicher als ich dachte. Panzerung, Gesundheit, Fokus, Scanläuft, Deduktion. Hm, wo haben wir denn? Wir haben jetzt drei Punkte, sehe ich das richtig? Waffenschaden. Ja, safe. Panzerung. Erweiterte Sichtbereich, mehr Erfahrung aus Notizen, geringere Anforderungen für alle Dialogoptionen. Was ist Technik? Wollen wir das mal? Haha, wie gut. Ja. Ja. Na ja, ich kann schon sehen, etwas Unwanderung in deinem Hippocampus. Wir müssen uns aufhören. Außer von dem, alles scheint zu sein zu sein. Um sicherzustellen, wir machen ein einfaches Test, um zu checken, dass alle Fertigkeiten sind in Ordnung. Was sind deine prime Direktivitäten? Serve der öffentliche Vertrauen. Protect die Innocent. Uphold die Law. Okay, nichts zu verhindern. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side. Your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in five. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we. Well, can't. She's stunned, maybe. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Oh, come on, man. It was crazy in that TV station. Good job, you had mercy on me. It's going to be here long. Oh. Er bereut es. Campino auch. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 20 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Oh. 50. Unless you want to try to break the rope. Das war's. Mindestens 50 Punkte. Wie lange geht das denn? Haha, Welle 5. Das war's. Ah, ist klar. Sehr schön. Drei Aromenschaften abgeräumt. Was ist denn hier los? Hi, Murphy. Was ist das für ein Riesenstift? Ist das aus so einem Souvenirladen, so irgendwie? Wo dann draufsteht, ich liebe Madeira. So, komm. Die Lage stinkt. Was denn jetzt schon wieder? Ach, wie die alle meine Kraft brauchen. Ich kann mit Blut, Guts, aber Puke ist ein No-Go für mich. Ich werde ein Sport und füge den Aromenten für mich. Du hast deine speziellen Schäuze und extra Protektion, also du musst nicht minden. Na klar. Betrunkenen in die Zelle tragen. Äh, obwohl, da können wir ihn auch instellen. Können wir noch zumachen? Haha, sehr gut. Sleep tight. Sag mal, bin ich hier der Praktikant, oder was? Ich bin Robocop. Ihr nehmt mich nicht ernst. Reed ist in der Briefing Room, und ich habe meine Hände voll. Es gibt so viele Verkaufungen, die ich nicht behalten kann. Es wird verrückt. Können Sie eine andere Länge abziehen und mir helfen? Ich bin hier, um die Publikum zu helfen. Gehe den Platz auf dem Podium. Du bist ein Lebensverlager, Robocop. Was? Ach, hier. Diese Länge ist abendet. Was ist mit ihm? Officer, ich habe ein Problem. Meine Nachbarn sind aus für die Warden. Ich glaube, es ist weil sie sehr stolz von meinem neuen Pferd. Warum wird sie so gut gemacht, wenn ich ihn für einen Geheimd. Was ist er? Er hat einen schönen Rettkopf, also ich nennen ihn Fire. Er liebt, so ich manchmal muss ich, Sie stören die öffentliche Ordnung. Ich kann einen gewissen Kriminein finden. Der Poster sagt, dass es eine Reaktion für diese Informationen gibt. Und ich will es. Ich will Details. Du bist blind? Ich bin der Poster von diesem Poster. Also, hier bin ich. Jetzt gib mir die Geld. Ich werde dich verraten. Okay, aber ich habe die Reaktion, nicht wahr? Sie können auf eine Strafminderung hoffen, weil Nein ist ja auch irgendwie... Er ist 24, aber er ist nie so lange weg, ohne mich zu wissen. Wie lange ist es? Jetzt über zwei Tage. Wir sind nicht in 72 Stunden verloren. Oh, bitte, ich bedanke mich. Was ist nicht richtig. Du musst ihn wirklich finden. Kommen Sie in 24 Stunden wieder. Bitte zurück und zurück, wenn Ihr Sohn nicht in den nächsten 24 Stunden. Richtig. Kein Problem. Der hat auch so einen großen Stift. Was ist denn da los? Ja Leute, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Mission in der nächsten Folge. Und dann zerfetzen wir aber mal so alle Kriminellen. Also, bis dahin. Ciao.